Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik und wie ihr seht habe ich wieder jemand Neues hier an meiner Seite im Club La Santa und zwar ist es die Jenna Laukanen von Finnland. Hi Jenna, Hi. How are you? Und die Jenna ist eine sehr gute Brustschwimmerin. Sie war zweimal bei Olympia, hat mehrere Medaillen bei Europameisterschaften, die waren auch schon European Champion und sie hat eine schöne Übung für Brustschwimmer mitgebracht. Jenna, what are we doing now? Um, first we're gonna do a drill with the breaststroke mixed with the Dolphin Kick. So you first do the Dolphin Kick and then do the whole breaststroke kick. And the drill, why I do this drill is to maybe get a little bit better position when you start doing the stroke and everything. And I think it's a bit of 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 time to really peel the water all the way through. So we should try and see how it goes. Yeah, you go first and then I will follow you. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja Leute, ich denke bei der Jenna hat es ein bisschen besser ausgeschaut als bei mir. Sie ist ja auch noch ziemlich aktiv. Aber für mich war es sehr schön immer nach der Pause gutes Wasser fassen zu können. Die Welle bringt einen nochmal mehr Entspannung. Ich denke, es ist ein bisschen besser für die Arme, um in einer guten Position zu bleiben und dann einen guten ersten Touch mit den Armen zu machen. Ja, und wenn du die Butterfly Kick machst, dann bist du mit einer besseren Speed. Du kannst einfach so fühlen, dass du mit der Ressenspeed bist. Wenn du mit der Butterfly Kick machst, dann bist du besser für deine Arme. Mit der Wasser. Ja, so. Ja, danke Jenna für mich. Und ja, macht es zu Hause nach. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch, fürs Einschalten hier aus dem Club La Santa auf Lanzarote. Macht's gut. Bis bald von uns beiden. Ciao, ciao.